moin leute hier ist das zweite video zu beziehungsweise ja doch zweites video zu mario kart super circuit ich bin also ich mache jetzt erstmal weiter und so noch mal peach im spezialkub wie wieso noch mal sagt es ist das zweite video zu und zwar war es irgendwie fragt über dich überhaupt gar nicht erst nach das ist meine dummheit irgendwie ja irgendwie habe ich wieder hier zu schnell getippt oder so oder ich habe selbst keine ahnung ausversehen gelöscht und ja das ist irgendwie ein bisschen dumm wieso ich das irgendwie gemacht habe ob ich da irgendwas aus oder so und ja so richtig wüsste ich jetzt auch nicht so richtig das war irgendwie das war ein bisschen meine dummheit irgendwie da war ich wieder ein bisschen zu schnell im tippen bestimmt das irgendwie ausversehen gelöscht und da und da habe ich da habe ich würde zurückkommen okay danke naja jedenfalls oder so ich kann es mir selbst nicht erklären wieso das auf einmal weg ist naja das wenigstens nicht so schlimm ich hätte auch versuchen gleich den elften part direkt auf aufzunehmen und hochzuladen und so damit ihr gleich den nächsten part gucken können das zwar auch der nächste part aber ich hatte ihn ja mal vor wann war das vor ein zwei tagen oder so glaube ich aber ich bin mir da gerade nicht so richtig sicher ich glaube ich glaube das war ja vor ein zwei tagen oder so wenn ich einmal aufgenommen und ja jetzt weiß ich eigentlich wieder das war nicht aussehen wenn man drauf getippt jetzt weiß ich es wieder und ich bin blöd ja ich hab kurz durch das und so naja jetzt weiß es wieso habe ich nicht die banane benutzt ja jetzt fliegt sogar meine banane drauf habe die peinlich wie peinlich jetzt weiß ich wieder ich will nicht fünfter werden ernsthaft nein das darf nicht wahr sein das ist die letzte strecke und ich hab naja egal naja jedenfalls weiß ich das jetzt weil ich mache das über die youtube app mache ich das sehr hochladen und so und es wird oben als video angezeigt hier noch nur noch so und so viel zum hochladen und so wenn es dann voll ist wird das egal da bei mir kein jetzt wieder geben werden aber dann ist das video quasi zweimal also nicht jetzt richtig zweimal aber es ist zweimal da erstens wo das halt steht zur wiedergabe bereit und dann muss halt da und wo es halt da steht zum hochladen und so also wo es hochgeladen ist vor paar sekunden vor zwei drei minuten und so da war das schon von einen tag drin und dieses wiedergabe video das also genau dasselbe das war immer noch da drin dann habe ich schon gefragt ja macht es trotzdem dass es da weg ist da oder lieber nicht habe doch weg gemacht und da warten dieses video auf einmal mit weg was war denn dann das für eine rotze dann eh dann war das auf einmal weg und ja dann wird dabei so gedacht und so und ja habe ich mir gleich dabei gedacht ja ich muss dann so schnell wie möglich paar c nochmal machen und so und das jetzt quasi jetzt das zweite video sag ich mal ja naja die die es halt schon gesehen haben weil ich das waren irgendwas mit ein paar aufrufe schon oder so keine ahnung so war waren ja schon über 10 wir haben ja schon ein paar angeguckt und so und jetzt läuft bis jetzt bin ich zweiter platz außerdem und ja wie gesagt muss ich gleich so schnell wie möglich aufklägerungsvideo wollte schon sagen dass ihr kein abklägerungsvideo das jetzt schon das ist ein zweites video von 2 jetzt roter panzer oh nice trefft den luigi das wäre jetzt geil los kommt vvv ach das ist ein mädchen egal wie wir uns doch noch geschafft mega geil mega geil wir haben das dinge im kasten naja 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 zumindest die erste strecke neun punkte in der ersten strecke kassiert und so was jetzt manche leute jetzt nicht gesehen haben halt den zehnten pass für die leute ist der part halt neu bedient die den halt schon angeguckt haben so sage ich mal naja okay bis jetzt aber was habe ich denn da eigentlich nicht über alles so geredet über das mensch bus und so ich glaube das noch mal was mensch bus zu sagen das weiß jetzt gar nicht ob sich das jetzt überhaupt so richtig lohnen weil das habe ich eigentlich im zehnten bad gesagt aber ich kann sehr gerne noch mal wiederholen naja jedenfalls hier warte mal halt hier diese präsentation gewesen haben es ein paar neue gehörte gesagt nervt uns nicht buch hallo verpiss dich mal danke luigi du auch schade leider nicht getroffen freunde 2 bis jetzt immer noch erster platz lüge ist uns ganz dicht hinter den fersen schreibe ich den kurzen sprung ich darf den kurzen sprung grünen panzer behalten wir jetzt schon mal dahinten nix seit dann bekommen wir ein pilz mal schauen was er dann so kurz so ein bisschen bringt aber den bald ich erst mal kurz naja jedenfalls hier war jetzt sowas mehr schluss und ich bin direkt ernsthaft da runter geflogen ich hätte gedacht der welt hätte jetzt der lucky dort jetzt und abkürzung genommen warum ich dann wieder wegtragen kann ok der fehler scheiße oh das war so dumm ey das war so dumm nee okay wir haben wieder letzte runde wir benutzen mal wieder dieses kleine bisschen hier benutzen gleich den roten panzer und treffen nicht dann halt nochmal jetzt haben wir aber dafür den tod getroffen ist ein zweiter platz mal gucken bleib ruhig wir sind wieder zweiter platz ja jetzt läuft es gut ein bisschen wieder erster platz wie geil ist denn das ey wie geil ist denn das ist ja mal mega geil bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus sag ich mal so aber wie ihr wisst das blatt kann sich ja immer noch wenden machen wir erstmal weiter mit Bowser Castle Number 4 und los ja stricke mal ein bisschen länger und so und ich fail jetzt am anfang was soll das was soll das mit schon null münzen na ok jetzt hab ich 3 sag ich jetzt hab ich 2 naja ähm Charaktersmashpress und so ein paar neue stages gezeigt zum Beispiel Dreamland oder wie das grad hieß oder so ich komm grad nicht auf den namen war schon auf N4 60 mehr dabei also seit dem allerersten Smash Bros wurde jetzt hier 3d so video und so kostet natürlich alles geld hab ich die Bowser getroffen oder was wow achso ich hab die Kandel jetzt irgendwie nicht so richtig gesehen mhm drei neue Charakter außerdem bei Smash Bros die neue hinzugefügt der sind Lucas Rio und Roy der Rio aus Street Fighter Lukas war schon seit Vora mit dabei geht aber knapp und ähm Rio ne hab ich ja gesagt das war Street Fighter und Roy aus ähm Emblem hat er glaube ich mit dabei ähm ja Feier Emblem das Spiel ist das schon klar ja ich mein hier na seid mir liebe dabei treff mal eben ah da war aber ganz knapp war das nicht schon treff oder so eigentlich naja egal wow 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 fahr mal wieder ordentlich wenn es geht peach hier Weil wir wollen ja nicht, dass du hier Schlecht fährst Aber was wir jetzt bekommen haben Die drei Runde, Panzer, good luck hier Treffer Hä? Treffer So, weiter geht's Hier mal wieder letzte Runde Spring Ich hab doch, hab ich nicht auf den R-Knopf getippt Ich kann getippt was sagen Das ist ein Emulator Ich kann ja schlecht drücken sagen Wie gesagt, das ist ein Emulator Wie So War Nein, das ist jetzt nicht Oh, bitte Nein, ich will nicht nochmal Strecke wiederholen Nicht hier bis zum Game Over Das wär's noch Okay, das sieht gut aus Ich hab kein Item bekommen Hoffentlich war es nicht so schlecht Oh, oh Komm, komm, komm Komm, 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 komm gibt nur so leute macht bitte keine die abos wenn ein paar videos mal auf dem 3d so kommt bitte weil ich habe keine catcher card und so sind wir irgendwann mal eine holen wenn ich hier genug geld dafür habe ich werde die abkürzung dann mal gleich benutzen diese riesengroße also die leute die es geguckt haben sie mit gefehlt 12 marxenow benutzt weil es mir dann zu blöd war okay das war glück ich habe es im first try lol wow wow skill ey erst geskillt und dann gefällt all das habe ich ja noch nie gebracht alter habt ihr das gesehen das war so episch gerade ja genau hier kann man wenigstens viel abkürzen aber ein bisschen schwierig ist es halt finde ich ja ich versuche es einfach noch mal auch mann das darf doch nicht wahr sein dafür werden wir jetzt noch mal wenn es können wie ich kann es nicht vorsicht wo 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 what the hell what the hell what the hell what the fuck alter was zur hölle was zur hölle war das das ist jetzt nicht dein ernst das ist jetzt schon die zweite strecke wo man das jetzt doch mal machen darf man man bei der ersten aufnahme ist das nicht passiert und jetzt wegen mann kack gelaber die ganze zeit fällt mir jetzt die ganze zeit oder was man junge man sieht ich werde langsam nervös ja bleib ruhig sophia bleib ruhig ali sophia ja jetzt schon fast runter oder was junge ja ja bau so freudig jetzt aber was willst du kriegst dafür sorge risiko risiko funktioniert okay das erst mal zum blocken hoffentlich schaffen die hier jetzt diesmal ich versuche es einfach noch mal das mit wieso muss er jetzt vorher springen mann donkey kong fallen meine panzer die bau so noch besser der jetzt mehr verdient okay ist soweit so gut okay ist soweit so gut wenn das jetzt funktioniert hätte krass mega krass aber nicht die ganze zeit schnell fahren auch ein bisschen vorsichtig wenn es geht wenn wir wieder die letzte runde aber aber noch mal fehlen dann darf man ein letztes mal fahren und wenn ich so mit tod so halt game over dann dann doch mal die ganzen kappen vorne wieder fahre was war das für das scheiße team ist in den scheiß stern leck mich leck mich es darf doch nicht sein dass wir so von solchen vollidioten empfohlen werden und so wie es aussieht dürfen wir die strecke noch mal fahren ist das so ein kotzen man ja genau wir dürfen die strecke noch mal fahren ja wie geil je wir dürfen sie noch mal fahren ist das nicht geil oh mein gott wir haben den letzten versuch ja 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 geil wir haben den letzten versuch aber noch mal fehlen und ja geil dann wird es einen stunden video ich kann das nicht raus das nervt mich jetzt gerade voll wie jetzt wird dieses scheiß dings da na das war jetzt meine schuld war meine schuld ich soll zeigt ja wie wohin willst du mich denn noch zurücksetzen lakido dummes ding das war dumm ich mach grad übelst risiko ey man siehts ja ja da wird schon von parzer getragen kann man das überhaupt schaffen und drei wetter getragen kann man das wäre noch besser ja geil das ist schon mal der ersten bekommst vielleicht sogar noch ein das ist gut bitte es läuft gerade die doch gehe ich jetzt nicht das wird zu blöd nein 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 scheiße ach egal egal drauf geschissen wir haben es wenigstens so bestanden wie zumindest ein vierter platz zwar sogar dritter naja egal wenigstens aber noch ein gold pokal bekommen und ja wird ja mal zeit wird ja mal zeit mein gott als wenn jetzt in iran rauskommt ich bin da so was für scheißiger er ist scheiß drauf wirklich wortwörtlich wenigstens haben wir einen fucking gold pokal traub geschissen ich sag's nur immer noch ja ein erster erster zweiter dritter mir egal hat sagen wir sind allgemein erster so mein gott das ist jetzt nicht ein ernst darauf konnte ich mich jetzt auch nicht so richtig vorbereiten mal schauen ob ich das irgendwie so rausschneiden kann deswegen sag ich schon mal tschau leute macht's gut haut rein wir sehen uns zum elften doch ich mache ich mache nämlich jetzt gleich hinterher dann in den elften part also sag ich dann schon mal macht's gut leute wir sehen uns wieder wenn es wieder ist mario k super circuit bis zum nächsten mal euer euer ali safir tschau leute macht's gut